So, halli hallo ihr Lieben, wir befinden uns in World of Warcraft, Wrath of the Licht King Classic Version 3.4.1 Sind hier in Nordend in der Drachenöde, hier in dieser Ecke Und wollen hier den Eisfaust angreifen Was wir auch mal machen Nach Waffen war uns auch mal nochmal So, zack, Eisfaust Und der hat nämlich die Quest Geschmücktes Kriegshorn Beunruhigende Hinweise Bringt das geschmückte Kriegshorn zum Würmruh-Tempel Und sucht dort nach jemanden, der die drohende Gefahr einschätzen kann Gold, XP Und Abmarsch So, Würmruh-Tempel wie auch Aber so 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 Mal gucken, wahrscheinlich oben wieder, dass irgendeiner das einschätzen kann. Ne, weiter unten tatsächlich. Dann gucken wir mal. Ah ja, hier unten. Da ist Aura's Trassa. Dort können wir jetzt beunruhigende Hinweise abgeben mit dem geschmückten Kriegshorn. 5 Gold 30, 20.500 Erfahrung. Und damit wäre diese Quest auch abgeschlossen. Vielen Dank fürs Zusehen. Schaltet gerne auf meinen Twitch-Kanal. Ist verlinkt hier im YouTube-Kanal. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Tschaui.